Zu seiner Zeit wird es geschehen, dass wir vor unserem Vater stehen, vor seinem Thron der Herrlichkeit, an diesem Tag für alle Zeit, und alle Völker beten an. Vollendet ist nun Gottes Plan, der Berg des Herrn ist hoch erhöht, die neue Welt, die nun entsteht. Und wenn die neue Zeit beginnt mit ihm, dann werden wir an diesem Ort des Heils, in neuen Kleidern vor ihm stehen, er ist der Tempel und das Licht, wir dürfen schauen sein Angesicht, vergangen ist nun Schmerz und Leid, der Herr regiert in Ewigkeit, aus Liebe gab er uns so viel, die Hoffnung findet nun ihr Ziel, an diesem wunderbaren Tag, an diesem wunderbaren Tag, bestär dann unsere Tränen ab, und wenn die neue Zeit beginnt mit ihm, wenn die Nationen es verstehen, dann werden wir an diesem Ort des Heils, in neuen Kleidern vor ihm stehen, zu seiner Zeit wird es geschehen, dass wir vor unserem Vaters stehen, vor seinem Thron der Herrlichkeit, an diesem Tag für alle Zeit, und alle Völker beten an. Und wenn die neue Zeit beginnt mit ihm, vollendet ist nun Gottes Plan, der Berg des Herrn ist hoch erhöht, die neue Welt, die nun entsteht, und wenn die neue Zeit beginnt mit ihm, wenn die Nationen es verstehen, dann werden wir an diesem Ort des Heils, in neuen Kleidern vor ihm stehen, aus Liebe gab er uns so viel, die Hoffnung findet nun ihr Ziel, an diesem wunderbaren Tag, und wenn die neue Zeit beginnt mit ihm, und wenn die Nationen es verstehen, dann werden wir an diesem Ort des Heils, wenn die Nationen es verstehen, in neuen Kleidern vor ihm stehen, 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 Vielen Dank.